Ich bin Limo. Hier seht ihr noch mein letztes YouTube Video, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja, genau. Viele haben geschrieben, dass ich mal Star Stable spielen soll. Und jetzt spiele ich Star Stable. Deswegen sitze ich auch gut. Ich werde spielen und es wird gleichzeitig aufgenommen. So, 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 so. Ich gehe mal kurz. So. Also, hier ist meine Maut. Weiß nicht. So, ungefähr. Dö, voll schwer. So, äh. Hier, ich habe es schon vorbereitet, aber auswählen und so macht es deutlich. Äh, ja, ich nehme. Oh ja, vergrößern. Oh ja. Okay, kann ich es jetzt irgendwie auswählen? Äh. Äh. Ah, hier. Okay. Ich nehme. Hm. Moment. Wie sieht das aus denn? Nee. Hm, welche soll ich nehmen? Das ist wirklich die Frage. Vielleicht nehme ich die hier? Ja, ja. Die ist okay. So. Dann. Oh. Ja. Ich nehme die lang. Ja, ich glaube. Oh, die Haarfarbe. Vielleicht wisst ihr, dass ich einfach hier blond und einfach sehr doll mag. Haha. So. Make-up mag ich nicht so sehr. Aber ich weiß, dass das sehr gut ist. Haha. So, meine Augen, die hätte ich gerne grün. So wie ich die habe. Ja. So, sieht anders aus. Aber ich habe wirklich grün. So. Dann geht es weiter mit meinem Pferd. So. Äh. Nee, so ein Pferd nicht. Dann. Dann. Oh, Traum, bitte. Oder. Ich hätte gerne nur mit Weißen. Aber kann ich, Lena, bitte, 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 bitte. Ja. Okay. Weiß. Oh. Wow. Wow. Okay. Ja. Das ist gut. Ja. So. Hehe. So. Äh. Jetzt. Äh. Gibt es doch hier, dass ich mir einen Namen aussuche? Ich wollte irgendwas mit L. Äh. Oh. Ah ja. Nein. Äh. Das wäre doch meine Sache. Äh. Äh. Das ist immer so. Oh. Kat. Ich bin ja eine Katze. Oh nein. Nein. Äh. 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 So. Äh. 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 Vok. Okay. 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 Äh. Uhhh. Dump. Äh. Cake. Cake. Cake, 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 Cake. kalt 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 komm komm machen wir es so mein fern äh nicht äh oh äppel 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 ja ja ich glaub das wird gut so das rest das werde ich äh gleich äh machen also ja ok so gleich wieder so es geht weiter ich hab mich da jetzt einfach mal eingeloggt jetzt drück ich mal auf spielen jetzt bin ich nämlich gespannt was passiert jetzt äh ok machen wir endcard machen wir mhm ach ich bin so gespannt solange ähm die jetzt beleuchtung ey also ich werde jetzt warten und bis das ganze lädt ja es dauert immer so lange das ist sehr also ich werde jetzt eine Menge warten dann äh also ich mach jetzt ein kleines Cut das ist das ist das ist das ist das ist das ist gerade das dauert immer so lange okay ich warte jetzt einfach und dann wenn es fertig ist dann 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 ach ich mach jetzt ein kleines Cut wenn es wieder geladet ist dann nehm ich wieder auf na wir sehen gleich wieder oh leute 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 es ladet und ladet es ist komplett schwarz ich bin so aufgeregt umg 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 ach es ladet immer noch ich weiß nicht ladet es bei euch auch immer so lange schreibt es mal bitte in die Kommentare ich verstehe nicht warum es so einfach so lange lädt oh okay ah ja ich glaube das ist die Geschichte ja die habe ich schon gehört die kann ich überspringen aber ich bin wieder oh nicht oh leute ich spiele stars table leonie leonie cat cat level 1 so ich weiß noch so ungefähr wie das ganze geht äh okay also den äh brauch ich jetzt nicht so ja ich mach es mal damit ihr es erkennen könnt so reitet Maya die auf dem anderen Hof ist Maya hat ein grünes Ausrufezeichen über dem Kopf okay dann kriegen wir 10 solche goldene dinge und dann kriegen wir xp und für ein Pferd kriegen wir kein xp okay ja dann müssen wir irgendwie auf mein oh ich hab ein Pferd achso ja den haben wir ja haben wir gemacht so viel Aufforderung erfüllt jetzt kommt ein kleines Video äh ja dann werden mich bestimmt viele fragen auf welchen Server ich bin aber es ist mir egal auf welchen Server ich bin was ich euch sagen kann dass ich auf den Server 1 wechseln werde weil auf ihr habt gehört auf den Server 1 es ist sehr schön und oh ja es sind auch viele Spieler hier wie ich es mir gedacht habe ja viele Spieler so dann sprechen wir mal mit dir ja ja oh okay herzlich willkommen herzlich willkommen spirit ach das ist diese neue äh äh ja sprich mit jenna okay wenn ich müsste wo sie ist ah sie ist da okay okay sie ist da na schön reiten wir zu ihr oh ich seh schon ich kenn die alle nicht aber ich weiß halt nicht auf welchen Server ich bin aber wenn ich es weiß dann sag ich euch wirklich Bescheid auch wirklich aber wie ich gesagt ich werde egal auf welchen Server ich bin auf die Server 1 wechseln so ich bin immer noch Level 1 mit Appleberry und ja ich würde sagen ich mach noch die eine Quest hier damit ich da hinten gehen kann weil das ist wirklich ein Lama Pups bis ich da hingehe aber ich würde jetzt wirklich sagen äh das ist wirklich für heute erstmal wahr ich bedanke mich bei denen die mir gezeigt haben wie das Ganze geht weil ich bin Platz ich weiß es halt nicht ne ja wie gesagt ich werde noch heute noch auf den Server 1 wechseln ihr könnt mir dann gerne eine Post schreiben ich heiße da im Star Stable Leonie Cat Cat ja also ich würde mich freuen wenn ihr mal zuschauen könnt und einfach mal mit mir was im Star Stable macht oder mir was beibringt darauf würde ich mich sehr doll freuen und wie gesagt ein Daumen nach oben würde mich auch freuen so jetzt würde ich sagen ich steig mal kurz ab so äh Appleberry und ich Appleberry hat sich verabschiedet ich noch nicht so hier mein Spieler ich bedanke mich dass ihr alle zugeschaut habt damit verabschiede ich mich heute ich hoffe euch geht es allen gut und ich sehe euch allen auch noch im Star Stable und unbedingt einen Daumen nach oben ja ich würde mich halt freuen so Leute das war's mit dem Video ich hoffe dieses Video hat euch gefallen wenn ja unbedingt Daumen nach oben dann werde ich mehrere Star Stable Videos machen und das Beste ihr könnt mich in Star Stable sehen nicht vergessen ich gehe in den Server 1 und dann würde ich sagen wir sehen uns nur zur Info ich bin Limo Tschüss